Alle Leute und herzlich willkommen zurück zu Sticks Shards of Darkness. Ihr seht, ich habe eine Stunde, 21 Minuten und sonst was, aber ich bin komplett raus, was überhaupt eine Wertung anbetrifft. Das liegt aber auch daran, dass hier, naja, wie ihr alle wisst, ein kleines, aber feines Problem haben mit, äh, ja, gewissen Einheiten. Wie ist es jetzt? Was ist das? Ach, komm schon. Und jetzt geht's wieder los, der ganze Spaß mit, ich stolper immer wieder in irgendwelche Gegner. Warum stand er denn da vorne? Warum ist er nicht weiter hochgegangen? Okay. Wer geht's da, zeigen Sie sich! Be on your guard, something's on the loose. Das ist weird. So, jetzt sind sie alle oben. Ich konnte nichts finden. Ich muss nicht mehr finden. Ich muss die, 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 die... Oh, ja. Oh, ja. Oh, nein, nein, nein. Ich kann mich nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr. shut up if you don't want me to throw you over the cliff I wonder if it would be game over if I dumped him and once again because I have fucked up and forgot to save him I'm so happy to take him off so let's take him off and we're almost down Da So Jetzt sollten wir natürlich mal das hier im Blick behalten Okay Jetzt ist gerade der Zweck auf der Brücke Da drüben So Ich speichere mal hier A Letter of instruction from the captain to his crew If ever I'm too drunk Wait until I wake up You don't want to end up wrecked on the reefs Now this guy is a real charmer If I take him with me in the skiff He should be able to get me out of the city without any problems Okay Dann speichern wir nochmal Ich wusste halt nicht ob das hinhaut gerade Ähm Was sagt denn die Trifte ich mit Tage den bedrungenen Kapitän ins Boot Okay Ich würde sagen wir machen erstmal das mit dem Boot Weil wir gerade näher dran sind Und In der Hoffnung dass ich auch Jetzt gerade kein Problem hier kriege mit Irgendein Da ist er Ich würde gerade sagen Mit einem urplötzlich auftauchenden Zwerg Wo der Elmerhaber herkommt allerdings Warte 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 Ja Also ich hab richtig vermutet schon Also ich hab richtig vermutet schon So So Aktivieren Ablegmechanismus mache ich aber ich muss leider erst mal ich muss ein bisschen aufpassen die sind hier etwas gewitzter wir können aber mal ganz kurz wieder nach prinzip 2 vorgehen ältere löschen und aktuellen über speichern ok das wollte ich eigentlich nicht bin da irgendwie an der schnur hängen geblieben dadurch hat er mich dann auch bemerkt so dann legen wir einmal mit dem chip ab okay jetzt lassen wir den anderen da warten oder wie sehr schön das heißt wir schließen dann das level auch wirklich komplett ab ja das finde ich doch schön dann würde ich aber ganz gerne tatsächlich nochmal sagen wir laden noch mal kurz rein und schließen auch noch mal mit dem anderen ab weil ich habe ja dann zwei errungenschaften höchstwahrscheinlich die damit in verbindung stehen es sei denn es geht nur darum das level abzuschließen woher ist meine amper meine soldaten sind mit dem lütchen ich habe es gemacht die verdammt die verdammt die verdammt die verdammt die verdammt sind immer kurz von verdammt ok allen den ich kann die schweizende die 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 auch hier Dann würde ich sagen, speichern wir hier einmal über einen neuen Stand, laden und gehen dann zum Luftschiff, weil ich will ja gucken, ob das, wie gesagt, eine Auswirkung hat. Aber hey, immerhin knapp acht Minuten damit verschwendet, wieder ihn irgendwie noch da aus dem Gebäude zu buxieren bis in das Schiff rein. Aber da seht ihr mal, man muss nur ein bisschen herumexperimentieren, herumgucken, okay, wie funktioniert was, was muss man machen, und dann kriegt man es auch hin. Also Alarm machen im Sinne von Herumgeräusche machen ist offensichtlich da in dem Fall sogar in Ordnung, um halt ans Ziel zu kommen. So. I see you. Du willst mich doch jetzt komplett flachse. Ich gehe da hoch. I see you. So like a... Äh, auf... Ja, genau. So like a welcome in the family, son. Ne? Also Resident Evil Referenz hier, ne? Aber nochmal. Hier muss ich da hoch. Da hoch. Das funktioniert nicht. Pass auf, wo geht es? Das hier. Das. Das. Das wollte ich nicht. Aber ich sehe gerade, ich komme irgendwie an der falschen Stelle raus. Was ist da los? Muss ich da einfach noch mehr machen? Warte mal. Moment, wir nehmen das hier noch mit. Das ist das hier noch mit. Perfekt. Da ist ein Schuss, das wir laden für Thobin. Halt dich da drin, und ich werde dich nach deinem Besten. Was? Einander Schuss? Es wird wie ein Thema in diesem Spiel. Hm. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und ab dafür. Ja gut, man muss einen nicht mögen um einen zu mögen, ne? Heißt ja auch immer so schön, ne? Gut. Da haben wir das jetzt auch abgeschossen, haben dafür nichts gekriegt, also war es sogar recht egal, was wir machen. Schade drum. Hätte ich lustig gefunden, wenn das jetzt so noch ausschlaggebend gewesen wäre, was wir am Ende machen. So, dann lade ich einfach, äh, ja. Nein. Warum, warum, warum wir jetzt bei den Laden, also, warum, was soll das? Passiert halt mal, okay? Scham drüber. Wir kriegen das hin. So, laden. Da, ja. Dann löschen wir wieder alle Stände kurz, und dann, ja, geht's in den Schnelldurchlauf. Und nein, ich werde nicht in unter 10 Minuten das Level schaffen. Das sag ich jetzt schon. Aber ich glaube, zumindest sei es innerhalb der groben Zeitschaffel. Ja. Wo ist denn das Buch? Da vorne. In der Zeitschaffel, um den Punkt noch zu holen. Ne? Okay. Also, einmal ganz fix wieder hier rein. Ey, es fühlt sich auch immer so ewig an, ne? Wenn man so ein Level erstmal auf langsam macht, und dann, grandioserweise, dann merkt, okay, man kann es super fix eigentlich beenden. Das ist halt so das Schlimme danach, so. Weil man dann grandioserweise sich fragt, okay, warum bin ich da jetzt eigentlich so herumgestruckt? Natürlich, weil man alles haben wollte, ne? Aber gut. Grandioserweise mache ich das nächstes Mal ohne Guide. Zum einen, weil der Guide auf Videodateien basiert, und nicht wie beim ersten Teil auf grobe Bilddateien. Also, dass man halt ungefähr abschätzen kann, wo es ist. Na, und zum anderen, ja. Hab ja auch nicht großartig den Plan gehabt, wo es ist. So, das ist... ... die Hatch ist hoch genug für mich, um es zu hochzunehmen. Ich muss einfach herausfinden, wie es zu öffnen. Die Kontrolle muss hinter diesen Garten sein. Ja. Oh. Niemand hat mir gesagt, es wäre das für eine Party. Interessant. Eigentlich, ich glaube, ich will nicht wissen. Oh. Okay. ok wir laden überhaupt den standpunkt wo ich gerade war warum mache ich mir eigentlich sorgen um alarm oder sowas schiff alarm we'll have to escape on our own to save us that was smart not now I gotta find another way out of here said drawbridge it's gotta be a way to lower it to get out of this hole something tells me the dark elves won't just wave me through let's see a big bell on the top of the tower must be used to sound the changing of the god if I ring it the place will soon be crawling with guards but at least the way will be open okay come here 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 very nice now that I'm out of that mess I still have to find the boarding zone and the skin and the skin let every arm around here you will pay for confidence oh ok I'll come up ah what are you talking about? 20 minutes we'll be able to get it in 5 minutes through the first episode at least your blood cut his throat make you protect us lay up get out 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 glad to be getting the hell out of here one look at that purgatory and I suddenly want to live forever well Haledrin should be in the command post she talked about hmm I better watch my step lightest alarm goes off and that bitch will take without me your venting hands of Lissram will close around that throat ah that is something fixer a moment sooner or later we will slaughter you I have to listen to another stage hopper her up now that I'm out of that mess I still have to find the boarding zone nah it's all ah come on your blood finally here we are little little under the glory of many ah come on hey that is so Es ist so ärgerlich, wenn man den Bereich geschafft hat, nur um zu merken, dass man wieder irgendwo an einem anderen Bereich scheitert. Wir müssen noch die Bordung-Zone finden. Warum kann ich nicht speichern? Hä? Oh, damn it. I'll never. I swear. Well, well. Nothing. Okay, I understand. Jetzt kann ich auf einmal wieder speichern. Machen wir auf einen neuen. Endlich sind wir hier. Ein kleines Boot, den Heledrin gesprochen hat. All my stuff must be in footer. Yay! Er hat sich nicht festgehalten. Er hat einfach drüber gehüpft. Komplettli. So, ich wollte eigentlich, genau, hier so einmal runter plumpst und dann mich fragen, wie ich hier am cleversten rauskomme. Ich glaube, ich mache das wieder oben drüber. Das ist immer noch am einfachsten. Hm. Hm. ich bin immer wieder ein träumchen wenn man sich so ein bisschen herum stolpern lässt was sagt die zeit drei minuten okay die meiste zeit braucht man wahrscheinlich dafür um captain und co hervor zu holen okay nachdenken wir sind schon wieder mit der zeit durch man ärgern ist hoch 10 nicht ganz hoch 10 ich kann leo leo Das ist nur ein Schuss. Noch bevor irgendwer hier raufkommt. Achso, wir können ja skippen. Oh Gott. Sorry, mein Gehirn hat kurz gedacht, mach einfach mal. Von daher, ja. So, das Problem ist, jetzt wird's wieder lustig. Ich muss erstmal herausfinden, wo ich wie was mache am besten. Richtig. Ich glaube, ich werde mit den Schiffskapten einfach abzischen, weil das am schnellsten geht. Auch wenn das ewig gedauert hat beim ersten Anlauf. Jetzt ist es ja sowieso schneller, weil... Ich bin noch nie großartig auf Neudity. Und es hat nichts zu tun mit dem Größen von meinem, äh... meinem Bladen. Gut. Let's get out of here quick. I can't wait to breathe some fucking fresh air. Ich bin noch nie großartig auf Neudity. Und es hat nichts zu tun mit dem Größen von meinem, äh... meinem Bladen. Gut. Let's get out of here quick. I can't wait to breathe some fucking fresh air. So. So. Mit dem Mond? Okay. Going back to Thoulburn. Ich will die Luftschiff oder die Luftschiff. Äähm... Ich bin einfach nicht zu decid. Ja, wir gehen ja über den Luftschiffweg, auch wenn ich den, glaube ich, am nervigeren fande. Oder will ich doch wirklich den Käpt'n? Machen wir lieber den Käpt'n. Cool. Ja, er ist komplett verdammt. Er wird mir helfen, wo ich nachdem, nachdem ich nachher gehen muss, wenn er soberen. Es ist nicht möglich, dass ich mich nicht so gut bin. Es ist nicht möglich, dass ich mich nicht so gut bin. Geh! 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 Wo did he go? I couldn't find anything. Must have left. Well, the captain is still trying to sleep it off in a suite at the inn. Wir warten, bis er zurück nach der Skiff riecht und dann rauskommen wir. Ist es nicht gefährlich, dass er ihn schreit? Wir haben keinen Fall, dass er ihn schreit. Er ist immer so. Er schreit auf uns. Der Threat ist der Neutrall. Okay. Leute, und das nur, weil ich es noch in den Part gequetscht kriegen wollte. Ich würde sagen, wir sehen und hören uns einfach im nächsten Part wieder. Dann haben wir das auch durch. Und von daher, bis zum Schmarrn, haut rein. Habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Stars. Haut rein. Und tschau. Tschüss.